Die Dremora, also Lyran scheint da auch ziemlich, naja, heiß drauf zu sein, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie wusste da auch drüber Bescheid und so weiter und ich denke mal, die würde das auch ganz gerne haben. Der Gegner würde es sicher auch gerne haben wollen. Naja, ich dachte einen kurzen Moment, das ist die Gouverneurin, aber nee, das ist sie nicht. Äh, wo steht ihr jetzt? Da! Es tut mir leid, was Destron zugestoßen ist. Ich bin für euch da. Ich lebe noch. Kaum zu fassen, dass ich all das überlebt habe und Destron nicht. Das ist so ungerecht. Alles ist so ungerecht. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Lernt, eure Kraft zu beherrschen und macht weiter. Leichter gesagt als getan. Doch so viele Leute haben heute gekämpft, um mich zu schützen. Auch wenn mein Herz gebrochen ist, werde ich es um ihretwillen versuchen. Destron würde das auch wollen. Sombrin wird einen Weg finden, euch zu leeren, eure Kraft zu bändigen. Das hoffe ich. Nicht nur um meinetwillen, sondern auch für die andere Ambition. Wer immer sie auch sein mag. Ohne Destron sind sie und Sombrin die einzige Familie, die mir noch bleibt. Ich werde versuchen, für sie da zu sein. Das werde ich wirklich. Fürs Erste gehen wir in den Tempel zurück, falls ihr uns braucht. Ich bin schon mein ganzes Leben allein. Erst in meinem Gewölbe und dann auf Wanderschaft. Ich hatte endlich eine richtige Familie gefunden. Doch dann ließ ich zu, dass mir ein Teil davon weggenommen wird. Ich verspreche euch, dass ich das nicht noch einmal zulassen werde. Es tut mir leid wegen Destron, aber wir haben Vandassia aufgehalten und Tamriel gerettet. Für den Moment. Doch ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Es gibt noch eine Ambition zu finden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Merunis Dagon und seine Anhänger uns für immer in Ruhe lassen werden, nach all der Planung, die man in unsere Erschaffung gesteckt hat. Ich glaube, wir gehen fürs Erste in den Tempel zurück. Was werdet ihr mit dem Mysterium Xarxes machen? Ich bin mir nicht sicher. Es gehört Eveli, nicht mir. Ich würde es gern studieren. Herausfinden, ob es einen Weg gibt, die Ambitionen zu befreien und unser Schicksal zu ändern. Doch ich weiß auch, dass es gefährlich ist. Lasst mich ein wenig nachdenken. Anschließend spreche ich mit Eveli. Beirunis Dagon meinte, ihr würdet euch ihm anschließen oder sterben. Wir müssen sicherstellen, dass es weder zum einen noch zum anderen kommt. Aedra spinnen große Lügen aus kleinen Wahrheiten, je nachdem, wie es ihnen gerade passt. Das weiß ich nun. Das war Xunas letzte Lektion für mich. Wir werden uns ihm nicht anschließen. Und ich lasse nicht zu, dass er uns ermordet. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das verhindern können. Habt ihr eine Ahnung, wie man die verbleibende Ambitionen finden kann? Besteht da nicht das Risiko, dass sie sich selbst vernichtet? Aber vielleicht eine Antwort in einem Buch. Sprecht mit Keschu. Das sind die optionalen Schritte, wenn ich die dann hier sehen würde. Heißt das? Moment, da ist der Feier. Achso, da sind die beiden. Da wir gerade von Verlusten sprachen, Wie ist es der Schwarzflossenlegion und der Elfenbeinbrigade in der Schlachter gangen? Es hätte schlimmer sein können. Gaben uns gut gegen die Kultisten geschlagen. Sie sind keine ausgebildeten Soldaten. Und als Mironis Dagon erschien, sind wir mit Schlamm und Gras verschmolzen. Dagon hat bei seinen Schergen mehr Schaden angerichtet als bei unserer Streitmacht. Eure vereinte Streitmacht hat geholfen, Sombrin und Kalia zu retten. Wenn ein Feuer wütet, ist die Hütte meines Nachbarn auch meine. Das ist die Weisheit der Agonia. Wir verteidigen uns selbst, indem wir unsere Freunde verteidigen. Jene, die heute gestorben sind, hatten einen guten Tod. Wir betrauern sie nicht. Wir werden ihre Opfer feiern und unseren Sieg in Gideon gebührend würdigen. Das ist sehr weise. Also, der erste Teil. Nicht unbedingt das mit dem Tod, aber... Ich meine, feiern ist auf jeden Fall immer besser, als zu betrauern. Auverneurin Keschu hat die richtige Entscheidung getroffen, als sie die Ambitionen hierher gebracht hat. Könnt ihr euch vorstellen, was Gideon zugestoßen wäre, wenn Mironis Dagon über dem Ei und Hammer erschienen wäre? Wir haben nicht nur Sombrin und Kalia gerettet. Wir haben Gideon gerettet. Vielleicht sogar ganz Dunkelforst. Nebenbei, ich meinte jetzt nicht, dass ihr feiern sollt, wenn jemand gestorben ist, ja? Ich hoffe, ihr habt mich da richtig verstanden. Dann waren die Ambitionen also eine ausgeklügelte Intrige, um Dagon's Macht mit Nirn zu verschmelzen, damit er es erobern kann. Glaubt ihr, wir haben den Orden der Erwachenden Flamme das letzte Mal gesehen? Nun, ihr habt es geschafft, Eveli. Ihr habt die Wahrheit hinter Leowiks Geheimnisse herausgefunden. Mit Krügen voller Foulmeet und jeder Menge gegrillter Pfoten am Spieß. Boah, das hört sich ekelhaft an. Hört sich gut an. Was nun? Können wir uns nicht einfach eine Weile ausruhen und in unserem Glanz sonnen? Ich weiß, dass es da draußen noch eine Ambition gibt und wir müssen für die Sicherheit von Sombrin und Kalia sorgen. Aber trotzdem... Oh, Kishu hat mich gebeten, euch dies zu geben. Eine Belohnung für die Verteidigung von Dunkelfaust. So, wir haben schwere Schultern in undurchdringlich vom Set Moorräuber erhalten. Ich habe das Gefühl, dass ihr solche Dinge hasst. Aber wir müssen zurück nach Gideon. Gouverneurin Kishu besteht darauf, eine Siegesfeier für uns zu geben. Ich frage mich, ob es da Kuchen gibt. Ich hätte wirklich gern ein richtig schönes, großes Stück klebrigen Kuchen. Was für eine Siegesfeier. Oh, eine im ganz großen Stil. Ich habe gehört, dass Gouverneurin Kishu wirklich weiß, wie man feiert. Mit Speis und Trank, Musik und Tanz. Und sie will, dass alle dabei sind. Alle? Sicher. Die Gärten hinter dem Herrenhaus der Gouverneurin sind groß genug, um dort eine ganze Armee zu unterhalten. Hey, bevor ihr euch uns anschließt, könntet ihr da noch nach Sombrin und Kalia sehen? Und sie zur Feier einladen? Sie sind zurück zum Tempel von Dibella in Gideon gegangen. Sicher. Ich hole Sombrin und Kalia und sehe euch bei der Feier. Ich werde euch in Gideon treffen, nachdem ihr Sombrin und Kalia beim Tempel abgeholt habt. Ich glaube, wir haben uns nach allem, was wir hier erreicht haben, etwas Entspannung und das eine oder andere Stück Kuchen verdient. Wollt ihr nach all dem noch Abenteurerin sein? Auf jeden Fall. Ich glaube, genau dafür bin ich gemacht. Man kann reisen, man trifft interessante Leute, man sieht uralte Orte und man kann allerlei Rätsel und Mysterien lösen. Und manchmal geben die Leute auch eine Siegesfeier. Eine Feier mit Kuchen! Ihr wollt nur Kuchen als Belohnung? Ich bin aus Gartwald. Habt ihr mein Volk getroffen? Es heißt immer geröstetes Dies, geröstetes Das und sogar rohes Dies, rohes Das. Laut den Regeln des Grünen Pakts darf man nicht allzu viele Sorten von Gebäck genießen, wisst ihr? Euch stören die Gefahren des Abenteuerlebens nicht? Zu wissen, dass man den Leuten hilft. Zu sehen, wie sie das auch zu schätzen wissen, ist ein guter Ausgleich für die dunkleren Zeiten. Man kommt in die Stadt und die Leute sagen, hey, da ist Eveli! Schon bald werden die kleinen Kinder hier auch so Zöpfe wie ich haben. Zählt darauf! Oh Gott! Oh, da hat sie mich jetzt aber gerade am Ende noch böse angeguckt. Na gut, dann mache ich mich jetzt auf und reise eben wieder zurück nach Gideon. Wenn ich denn hier den Weg schreien finde, ich glaube, der war außerhalb. Bis gleich! Jaa! Wie? Längst weg? Hallo? Hallo? Ihr sagtet, Sombrin und Kalia wären nicht hier. Das hatte ich gesagt, nicht wahr? Ich schätze sogar, der Charme der Fürstin der Liebe kann für manche Leute einfach zu viel sein. Nicht jeder hält es aus, sich über längere Zeit am Stück in die Bellas Glanz zu ahlen. Doch sie waren gute Seelen. Ich mochte sie alle. Wisst ihr, wohin Sombrin und Kalia gegangen sind, nachdem sie den Tempel verließen? Ich hörte sie über eine Ruine nördlich von Gideon reden. Ich kenne diesen Ort gut. Lasst mich euch auf eurer Karte einzeichnen, wo er ist. Falls ihr einen Augenblick erübrigen könnt, dann kommt zurück und genießt eine unserer Zeremonien. Alle sollten ihre Herzen für die Geheimnisse der Liebe öffnen. Äh, ja. Hey, wo sind Kalia und Sombrin? Es gibt brillante Geister. Ich bin vorbeigekommen, um herauszufinden, was euch und die Ambitionen aufgehalten hat. Wo sind sie? Was ist mit Kalia und Sombrin geschehen? Da saßen keine zwei Minuten mal mit denen zu reden, bevor man aufbricht oder was. Die Dibella-Priesterin sagte, Kalia und Sombrin seien auf dem Weg zu einer Ruine außerhalb von Gideon. Einer Ruine? Ich frage mich, warum sie dahin sind. Haben die beiden nicht schon genug Abenteuer gehabt, nach allem, was sie durchgemacht haben? Wir sollten die Ambitionen finden, denn sonst verpassen sie die Feier. Hat die Priesterin gesagt, welche Ruine sie genau meint? Sie hat es auf meiner Karte markiert. Sie meinte, sie wäre nördlich der Stadt. Dann geht voran. Die Feier fängt bald an und wir sollten nicht zu spät kommen. Ich zumindest hätte gerne ein schönes Stück Torte. Oder doch lieber etwas Kuchen? Ach, gebrochene Zweige. Ich nehme einfach beides. Ach, Evely ist einfach herrlich. Okay, ähm... Schauen wir mal kurz, wie weit ist die Ruine denn entfernt? Ach, das ist ein bisschen oberhalb von dem Ort, wo wir diese Scherben da gesammelt haben. Dann reiten wir da mal eben schnell hin. Ist das da hinten, dieses große Gebäude? Ja, das sieht so aus, ne? Oh ja, jetzt bleibt ja auch noch überall hängen. Wobei, nee, es geht immer weiter nach links. Das ist nicht das große Gebäude. Ach, da drin. Ja, ich hab sie gefunden. Wie lange dauert das noch, Sombren? Ich fühle mich hier unwohl. Nicht lange. Ich bin fast... Oh, scheinbar haben wir Gesellschaft. Ja, hi. Sombren, was ist los? Kalias Kraft wächst schneller, als ich erwartet hätte. Sie wird bald einen Punkt erreichen, an dem ich ihr nicht mehr helfen kann. Dann muss sie sie entweder freisetzen und alles um sich herum vernichten, oder sie wird verschlungen werden. So oder so sterben Leute. Einschließlich Kalia. Also, was ist euer Plan? Wir setzen das Mysterium Xarxes ein, um ein Portal in die Totenländer zu öffnen. Das ist der einzige Ort, der mir einfällt, an dem Kalia sicher sein wird. Die Ebene nimmt einen Teil unserer Kraft auf. Das wird mir Zeit geben, Kalia zu lehren, sie selbst zu kontrollieren. Aber die Totenländer. Ihr werdet geradewegs in Merunes Dagons Reich gehen. Es ist eine große Ebene. Xyna hat mich gelehrt, unentdeckt zu bleiben. Und es ist der letzte Ort, an dem Dagons Anhänger uns suchen werden. Sobald Kalia ihre Kraft beherrschen kann, kommen wir zurück. Ich verspreche es. Vielen Dank, meine Freundin. Für alles. Ja. Mit dir kann ich jetzt nicht mehr sprechen. Ja, es war so klar. Da gehen sie hin. Mein gut, er hat ja schon gesagt, das letzte Ausweg würde ihm nur noch das einfallen. Die arme Kalia. Ich hoffe, Sombran hat recht und er kann ihr helfen. Doch Zuflucht in den Totenländern zu suchen? Das ist, als ob die Wurst aus der Pfanne springt, weil sie meint, das Feuer wäre sicherer. Ich für meinen Teil möchte nie wieder in die Totenländer zurückkehren. Wie fühlt es sich an, dass Sombran euer Buch mitgenommen hat? Hey, es war nicht mein Buch. Ich habe es nur sicher verwahrt für... Nun, so verrückt das auch klingt, glaube ich, dass ich schon immer dazu ausersehen war, Sombran zu geben. Er kann damit gewiss mehr anfangen, als ich es jemals konnte. Und ich werde die Albträume und die Wachträume sicher nicht vermissen. Was machen wir jetzt also? Wir gehen zu der Feier. Sie findet in den Gärten hinter dem Herrenhaus der Gouverneurin statt. Allein der Gedanke, dass dies alles seinen Anfang nahm, weil ich mich für ein verschlüsseltes Tagebuch aus Kaiser Leowigs alter Zuflucht interessiert habe. Wir haben das Geheimnis gelüftet. Und jetzt feiern wir. Wir sehen uns bei der Feier. Wer als letztes kommt, kriegt keinen Kuchen. Boah, das ist gemein, Elveli. Da muss ich reiten. Du bist eh zu Fuß. Ha, dann wirst du eh die Letzte sein. Ha, ha. Ich will doch Kuchen haben. Nein, ich mag eigentlich noch nicht mal wirklich Kuchen. Also ich meine, ich esse schon hin und wieder mal Wäldchen, aber... Wenn ich die Wahl habe, würde ich nicht unbedingt Wäldchen essen. So, die Feier. Die Feier. Wo ist die Feier? Hier vorne? Sieht so aus. Das klingt köstlich, Assassine. Ihr müsst mir eine Abschrift des Rezepts überlassen. Nein! Ernsthaft? Aber mit dir darf ich jetzt nicht mehr sprechen, oder? Kann ich mit dir noch sprechen? Warte. Ich schätze, am Ende haben sich die Dinge geregelt. Doch lasst mich eine Warnung aussprechen. Die Bruderschaft, so in diese Sache hineinzuziehen, war riskant. Was ihr in eurer freien Zeit treibt, ist eure Angelegenheit. Aber Assassinen mögen das Rampenlicht nicht. Wir ziehen es vor, in den Schatten zu bleiben. Hey, ich habe dich nicht mit reingezogen. Ich habe nur gehofft, dass du nochmal auftaust. Was steht für ein Meister-Assassin als nächstes an? Ja, das ist super. Ähm, mit ihm könnten wir vielleicht nochmal sprechen. Er war ja auch sehr... Es tut gut, euch wiederzusehen, Söldnerin. Genießt diese Feier. Ihr habt sie euch wirklich verdient. Sehr beteiligt, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber gut, die anderen sagen wir jetzt gerade so nichts. Das sind dann die Legionen, denke ich mal nur. Willkommen zur Siegesfeier, Söldnerin. Es gibt viele hier, die euch gern danken und einen mit euch heben möchten. Doch wo sind Sombrin und Kalia? Ich hätte gedacht, ihr bringt sie mit. Sombrin hat Kalia woanders hingebracht, um sie an einen Ort, wo sie niemanden in Gefahr bringt, zu lehren, wie sie ihre Kraft beherrschen kann. Ins Exil zu gehen, um andere keiner Gefahr auszusetzen, ist eine edle Entscheidung. Ich wünsche ihnen alles Gute. Doch ich sorge mich, dass Sombrin und Kalia da draußen allein sind. Alle anderen sind hier versammelt. Essen, trinken, sprechen mit ihren Freunden. Zur rechten Zeit werde ich mich an die Menge wenden. Mit wem soll ich sprechen? Mit wem ihr möchtet. Sie sind alle gekommen, um ihre Wertschätzung zu zeigen. Und geht nicht zu früh. Ich will noch mit euren Leistungen angeben. Ich sehe schon, dass Eveli eingetroffen ist. Vielleicht solltet ihr mit ihr anfangen. Eveli, wo ist... Ah, da. Hi. Anscheinend sind wir die Helden, zu denen alle aufblicken? Die meisten Geschichten, die ich kenne, enden damit, dass die Helden in den Sonnenuntergang davonreiten, bevor man ihnen ordentlich danken kann. Doch ich habe das Gefühl, dass wir noch ein kleines Weilchen bleiben sollten. Meint ihr nicht auch? Das sagst du doch nur wegen dem Kuchen und der Torte. Auf jeden Fall. Ihr seid jetzt eine berühmte Abenteurerin. Das ist ein bisschen viel, doch ich fühle mich wesentlich erfahrener. Und dafür habe ich euch zu danken. Nun, euch, Hauptnon Rian, Gouverneurin Keschu und dem armen Pharo Lupus. Ist es zu glauben, dass das alles anfing, weil ich nicht von Kaiser Neowiks Geheimnis lassen konnte? Wir müssen immer noch die vierte Ambition finden, schätze ich. Das stimmt, hätte ich fast vergessen. Und wir sollten bereit sein, Sombron und Kalia zu helfen, sobald sie zurückkehren. Ich glaube nicht, dass Meronis Dargon und seine Anhänger sie einfach in Ruhe lassen werden. Ich dachte wirklich, dass die Ambitionen echte Waffen sind. Passt gut auf euch auf, Aveline. Hier, euer Anteil an unserer letzten Vergütung aus Leiavin. Und eine Kleinigkeit von mir. Ich habe an eurer Seite so viel gelernt. Falls ihr je meine Hilfe braucht, müsst ihr mir nur Bescheid geben und ich komme angelaufen. Oh, seht. Ich glaube, Gouverneurin Keschu ist bereit für ihre Ansprache. Ja, vorher schauen wir uns aber noch die Sachen an. Und zwar haben wir eine gestärkte Keule, zweihändige Keule erhalten vom Set Moorräuber. Einen Monturstil, nämlich den der Leiavin Brigadisten. Beziehungsweise vom Schild anscheinend nur, nicht den kompletten. Und einen Fertigkeitspunkt. Willkommen Bewohner von Dunkelforst und geehrte Freunde. Wir haben einen schrecklichen Sturm überstanden. Jetzt feiern wir. Viele waren an diesem Sieg beteiligt. Einschließlich all jener, die ihr Leben für unsere Sache gegeben haben. Doch nun will ich die beiden Heldinnen neben mir ehren. Ohne sie wäre alles verloren gewesen. Also erhebt euch und reckt eure Becher zum Himmel. Gedenkt der Gefallenen und preist die Taten der Überlebenden. Auf den Sieg! Na, das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, naja. Gut. War ein bisschen leise jetzt hier, ne? Also, ich meine, wir haben ja so viel, so viel geschafft. Wir haben hier einen Gott zurückgeschlagen. Beziehungsweise, ja, was ist er denn jetzt? Eigentlich ist er ein Gott, ne? Mirrunes Dagon. Wir, wir haben eine Feste, sage ich jetzt mal, wieder von den toten Ländern entsplittet, sozusagen. Wir haben so viel gemacht. Gut, wir hatten auch hohe Verluste dabei, muss ich auch dazu sagen. Aber, ja. Da darf man auf jeden Fall erstmal durchatmen. Und ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich denke mal, das ist das Ende von Dunkelforst hier. Weil es jetzt auch hier gerade niemanden gibt, der jetzt angerannt kommt und uns eine neue Quest noch überliefern möchte. Dann würde ich glatt sagen, dass wir dann in der nächsten Folge eine neue Einführungsquest machen für das neue Gebiet. Ich bin jetzt total unvorbereitet, muss ich zugeben. Weil ich habe jetzt so viel am Stück heute aufgenommen, dass ich gar nicht weiß, wo es jetzt beim nächsten Mal überhaupt hingeht. Schande über mein Haupt. Aber wir werden es ja in der nächsten Folge dann sehen. Und, ja. Eveli starrt mich auch schon so an, so nach dem Motto, wann ist sie endlich mit ihrer Rede fertig? Eldraams möchte auch endlich mal etwas zu essen bekommen. Eigentlich genauso wie Eveli, nur sie stürzt sich jetzt wahrscheinlich auf den Kuchen und die Torte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich werde vielleicht auch noch eine Kleinigkeit essen, bevor es weitergeht. Und wir werden dann in der nächsten Folge sehen, ich denke mal tatsächlich, die Einführungsquest zum nächsten Gebiet. Übrigens eine kleine Anmerkung noch. Leider, leider, leider. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber leider, leider, leider wurde ich darauf, also gut, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Leider, leider, leider habe ich Schnittermark komplett übergangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, weil normalerweise bekommt man ja immer eine Quest, die dann wieder zum neuen Gebiet führte. Und Schnittermark ist das letzte Gebiet eigentlich von, na, von den Gelben. Also mit anderen Worten vom Dominion. Und ja, es war jetzt ein bisschen blöd. Ich habe das festgestellt, beziehungsweise gelesen, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, als ich schon an dieser Quest hier dran war. Ich fände es jetzt aber auch blöd, von dieser Quest jetzt wieder woanders hin zu zwitschen. Deswegen mache ich jetzt erstmal alles soweit fertig. Und wenn ich dann auf dem aktuellen Stand der Dinge angekommen bin, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal nach Schnittermark gegeben, das Ganze dann abschließen. Also das nur eben zur Info für euch alle, die sich vielleicht schon gewundert haben, warum Schnittermark nicht vorkam. Ich war wirklich der festen Überzeugung, ich hätte Schnittermark durchgehabt, aber ganz offenbar nicht. Also ich habe mir meine Aufnahmen angeguckt. Es ist tatsächlich nicht vorhanden. Und ja, das wollte ich nur noch eben kurz anmerken. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn nichts dazwischen kommt, dass es hier noch weitergeht, bei der Einführungsquest fürs nächste Gebiet wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.